Herzlich Willkommen zu einer weiteren Live-Behandlung hier bei MAC Aesthetics. Heute dreht sich wieder alles um die Nasenkorrektur ohne OP. Diese wird natürlich in wenigen Minuten durchgeführt von Fachärzten für plastisch-ästhetische Chirurgie. Und hier sieht man einmal auch schön, das ist eine Dreipunkennase. Und das vorläufige Ergebnis, Zwischenergebnis, wird jetzt einmal fotografiert und der Patient hier natürlich gezeigt. Diese möchte es direkt auf ihrem Handy haben und mal schauen, wie sie denn jetzt im Profilbild aussieht. Und anschließend werden dann noch Feinkorrekturen durchgeführt, damit natürlich auch die Wünsche und Vorstellungen unserer Patienten berücksichtigt werden. Das ist uns natürlich auch ganz wichtig und deswegen bieten wir ja auch die Zufriedenheitsgarantie als einziges Unternehmen an. Und ich denke, dann können wir uns aber auch zufrieden verabschieden und wünschen noch einen schönen Tag. Bis dahin!